Wavetail kommt heute raus und ich bin super gespannt, was uns hier in diesem Game erwartet. Wir gehen einfach komplett blind rein in das Game. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es gleich mit dem Controller steuere oder vielleicht doch hier mit Maus und Tastatur. Es hat nichts, wahrscheinlich nichts mit Fischen zu tun, auch wenn wir hier mit sehr viel Wasser zu tun haben. Cool, cooler Stil. So ein Waterworld-Style, so ein bisschen, ne? Naja, untergegangene Städte, Überschwemmung überall. Na, guck. Die Charaktere. Die Charaktere, sehr geil. Cooler Style, sehr gut. Die Pläse. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber... Ist das deine Idee, eine Schöne? Ich wünsche es. Juste, bitte, bitte. Ich kann mich nach mir selbst bevor du bist, Bane. Jetzt, schau mal! Die Luft ist absolut nicht saturiert, mit Dünn. Wir brauchen mehr Sparks, wenn wir planen, um diese Fische zurückzunehmen. Ich bin auf. Schau mal, keine Fischung mit deinen Händen. Nur benutze den Net, oder... Und hier we go! Alter, wang! Oh! Oh, wie cool! Oh, Doppelsprung! Und oben halten! Oh, es fängt schon cool an! Okay! Und bestimmt auch rennen, oder? Ja, richtig rennen! Wihi! Oh, wie cool! Okay, geht schon mal richtig... Geht schon mal richtig cool los! Wir haben einen mega coolen Wirbelwind-Kescher! Alter! Okay, wir sammeln mal so Sachen ein! Read! You need a ticket! Okay! Okay! Ähm... Gucken wir mal eben rein! Alles klar! Gerade nochmal schnell in die Option reingeschaut! Alles richtig eingestellt! Und es geht weiter! Wir müssen... Wir brauchen Sparks! Beim Lightning-Haus! Dann gucken wir mal, was das denn für Sparks sind! Sind das hier die Sparks? Oh! 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 Ja, das war eins davon! Okay! Und das ist das nächste! Oh! Press! Okay! Left! Found one! Okay! Ich hab ja das zweite schon... Ähm... Eingesammelt! Sparks! The fog is really close today! There must be a reason! I'll take Anita and go investigate when we're done! I thought you weren't gonna take her out before she's repainted! Necessity knows no law, Siggy! Oh! Ah! Ah! Das ist Aim! Ah! Mit der rechten Maustaste kann man zielen! Aber... Noch können wir nichts schießen! Cool! Wuhuuu! Damit haben sie mich schon! Hahaha! Okay! Was machen wir? Ähm... Bei Fontaine! Da müssen auch noch welche sein! Ich seh da hinten schon welche! Press to jump! Ja, dankeschön! Wuhuuu! Here we go! Uh! Das war close! Okay! Uh! Nein! Nein! Ich und Jump and Runs! Nein! Nein! Hehehe! Hui! Nein! Seht ihr? Deswegen! Hahaha! Ei, ei, ei! Ah! Easy! Haha! So! Got it! Ähm... Memorial! Wo ist denn hier ein Memorial? Ah, da hinten! E Ok! Ah! So, haben wir das auch! Und da unten ist noch eins! ja cool cooles ding fängt schon gut an da muss ich bestimmt noch über da muss ich auch bestimmt noch über sparks by the beach wo ist es der beach irgendwo hier war ich schon das sieht so ein bisschen sandig aus haben wir hier den beach da war der hafenbereich hier eher vielleicht finden wir den ja auch noch irgendwo noch mal ein bisschen weiter rum da ist der leuchtturm hier ist der anleger bin ich schon gleich einmal rum ich bin schon einmal rum jetzt sehe ich noch irgendwo war es sparks by the beach gibt es eine map es gibt eine map und da ist auch die markierung und wohin ich gerade schaue ja sehr cool das heißt wenn ich jetzt so schaue oder so da müsste ich sehe sie dahinten danke wie geil so easy schrei nicht zu laut und weiter geht's na hau hin na hau hin ok was ist im wasser ist das ist das toxisches wasser ist das schlimm was ist mit dem wasser geh nicht ins wasser nicht dass damit irgendwann ist aber ich dachte man kann da irgendwann so so drüber return to grandma wo ist sie denn oh sehr gut der verdammte nebel der style so geil ich mag nicht den look der light house beam sollte es schon weg warum es nicht oh oh rimm auf mr bain what the heck cigarette cigarette take cover take cover ach come on gerade durch die luft geflogen näh näh cooles intro geht doch schon gut los geht doch schon gut los was will man denn mehr ist ein bisschen cute aber ist auch geil so ist doch super ach du schande guck mal das ist irgendwie mit so einem glibber alles überzogen aber warum sind wir denn jetzt hier na nun na na oh und da schwimmt irgendwas da 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 hallo direkt unter uns jetzt wer bist du denn einfach zu gut einfach zu gut come on ach come on alter was ist das denn für eine wilde idee ach come on ach come on really ach wie krass ist denn das wie krass wie krass ach ach ab geht es nee nee upsala sorry schatten volles wett dagegen gebrezelt hepp ab geht es oh wie cool also vom feeling her vom feeling und vom style her ist ja abgefahren ey und jetzt komm und hepp juhu cool yourself too hard okay was machen wir mit e wait 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 was war das ich wurde da irgendwie reingesogen oh krass oh krass wenn ich e halte oh oh ach krass mit dem e wie weit man da hinkommt oh oh ja cool wo geht es weiter ich sehe nichts was muss ich hier überhaupt machen muss ich hier was machen oh krass ah nee das war nicht das hm ich weiß gar nicht wo ich hin muss get back to the island defeat the monsters okay ich muss da hinten hin wir gehen runter zu unserem schatten ich hätte direkt dahin sliden können aber ich sage dir wie der ist wihii das ist auch richtig geil hier einfach über die wellen surfen ha 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 ab geht es und jetzt mit der nächsten welle und I'm coming I'm coming Alter was für ein speed oh mein gott jawoll mach sie alle fertig yeah hier so ein blob hey muddy die 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 Oma komplett im Schleim Und es gab... Oh, das ist nicht gut. Nicht gut überhaupt. Wenn das was die Paws sind, dann... Du siehst all schlau, Frau. Oh, es ist einfach... Es ist etwas... Ist es Anita? Sie hat sie gescheidert? Es ist nicht das Boot. Es ist einfach, wir sehen uns. Arthur? Entschuldigung? Ja, Mann. Nein! Der Gesichtsausdruck. Wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Ah, mach es deinen Weg, Frau. Aber nicht verwendet. Wie geil das gemacht ist. Okay, ab geht es! Sparks. Sparks. Bei der Ferris Wheel. Bei der Clock. Da war ich gerade eben schon oben drauf. Ähm... Und der Crane. Alles klar. Press the shift. Genau. Faster. Mach ich. Wir fangen mal an mit der Clock. Wir fangen mal an mit der Clock. Cooles Ding. Sehr, sehr, sehr cooles Ding bis jetzt. Hat... Fühlt sich mega geil an. Sehr intuitiv. Einfach... Ähm... Super geiler Spaßfaktor direkt. Fühlt sich einfach super... Super gut an direkt. Oh! Ich komm nicht ran. Jawoll. Cool. Cool. Sehr, sehr cool. Ähm... Zwei Stück müssen hier sein. Zwei Stück müssen hier sein von den Sparks. Habe ich einen übersehen? Uh... Uh... Wer seid ihr denn? Hallo ihr Sparklings. Aber ich seh kein... Meer irgendwo strahlen oder so. Nee. Sparks. Clock Tower. Muss ich da ganz irgendwie oben drauf? Das leuchtet hier so. Aber nur weil ich dann dahin... Weil ich mich da so rein entern kann. Da unten ist noch so ein Sparkling. Da unten sind so... Ist so ein schwarzes Ding. Ah... Guck mal hier. Ja, Mann. Oh, hier ist noch einer. Und noch einer. Dann noch einer. Bam, bam. Und irgendwann können wir schießen. Da freue ich mich schon drauf, ey. Mega. Also bisher, ne? Mega gut, ey. Alleine dieses hier. What the heck? Mega gut. Aber ich find's gerade nicht. Weil ich wieder... Weil ich wieder... so planlos hier rum renne. Gibt's hier irgendwas? Ich geh mal hier hoch. Das sieht auch wieder so ein bisschen aus, als ob. Oh. Da ist der Blob drinnen. Ah, sehr gut. What the heck? Wer bist du denn? Asta. Wooha. That was the most... Was? Motherflaundering intense. Ähm. Drücke 1. Drücke 1. Ah. Someone wanna figure you... Okay, die quatschen jetzt nicht alle. Wäre, glaub ich, auch ein bisschen zu vieles gut, ne? Aber interessant. Ähm. If you're looking for sparks, I saw... The climb. The tower before... Okay. Wait. Da ist nochmal so ein Büchlein. Was haben wir hier für Infos? Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob wir uns, äh... Ich hab's gerade nicht gefunden, ob wir uns, äh, auf Deutsch einstellen kann. Ich guck gerade mal. Cool, man kann auch da so zwischen, ey. Ich steh auf der Schraube, selbst das geht, ey. Alter, ohne Scheiß. Das ist... Das ist schon... Es fühlt sich einfach zu gut an, ne? Und... Ja. Okay. War das an der Wand abprallen? Tatsächlich. Ich glaub ich kann an der Wand... Egal. Ähm. Ich brauch diesen Spark, den nächsten. Und ich guck nochmal auf der Map. Es wird mir jetzt hier gerade nichts weiter angezeigt, aber... Ach, warte mal. Doch, hab ich doch alles. Doch, hab ich doch alles. Ich dachte schon gerade. So. Jetzt müssen wir weiter... Genau in diese Richtung. So ein bisschen mehr rüber. Also Attacke. Puh. Puh. Guck mal, da sind so Fishies hinter mir. Alles so Fishies unter mir. ... So kleine lilane... ... ... ... Einfach zu gut. Aber das Rumsurfen ist auch schon richtig gut, ey. Mega. So. Jetzt müssen wir uns da ein bisschen durchfighten. Und da war auch schon was, was wir haben wollen. Hi. Du kommst auch noch mit. Danke. Und du kommst auch noch mit. Da haben wir die ganzen Jellyfishs hier. Die ganzen... Die ganzen Quallen. Und dann... Brauchen wir aber, glaube ich, noch mehr, ne? Ist hier unten was? Einmal außen rum. Es kommen hier immer so komische Nebel. So graue, schwarze. Aber ich glaube, hier unten ist erstmal nichts. Guck mal. So ein Riesenrad, ey. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Zack. Mit E können wir uns da ran. Zack. Zack. Und da haben wir schon den nächsten. Oh, wie kommt man da hin, ey? Uuuuh. Cool. Diese Rand beamen dann damit. Sehr cool, ey. Ja. Sehr schönes Ding. Wir sind ready. Und jetzt brauchen wir noch den nächsten Part. Das heißt, ein bisschen weiter links. Da drüben wohl in dem Bereich. Und wir surfen einfach komplett rüber. Non-stop. Ah, sie wird langsamer. Wirbel, wirbel, wirbel. Mehr, 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 mehr. Puh. Okay. Wir surfen. Ab geht es. Oh, dicke, fette Blopse. Aua. Oh, oh, oh. Ah, wir haben Lebensanzeige. Oh. Oh, und es macht zu, das Ding. Ihhh. Okay, das, was so rot ist, das wollen wir nicht berühren. Weiß umrandet, können wir es zumindest anschlagen. Aua. Regeneriere ich. Automatisch. Oh. Oh, nicht gut, äh. Keine gute Area hier. Okay, hier kommen wir nicht dran rauf. Na, come on. Oh, nicht berührt. Vielleicht können wir hier durch. Oh, ja. Schnell, schnell, schnell. So, ist hier was? Hier ist so ein Boot. Kük, kük. Wo könnte denn hier denn noch die Spark sein? Vielleicht auf dem Turm wieder, dass wir hier rauf müssen? Da ist nichts zu sehen. Da kommen wir nicht durch. Hm. In the crane. Ich bin hier gar nicht richtig, Mann. Ich muss noch viel weiter. Ich muss noch viel weiter. Da war ich. Da muss ich hin. Alles klar. Ich renne hier einmal rum. Nach da muss ich. Ja, und das sehen wir auch oben in der Navigation sehen wir da auch eine Markierung. 700 Meter in die Richtung. Ab geht es. Diese Idee, ne? Mit dem, mit dem Schatten, der ein Eigenleben entwickelt hat, der unten drunter ist. Das ist so geil. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr schön gemacht. Und da müssen wir hin. Okay. So. Generators can be used to power devices. Cool. Generatoren. Okay, wir haben irgendwas aktiviert. 16 Power. Spark Cables light up when powered. Okay, also wenn wir jetzt so einen Generator aktiviert haben, dann sind die unter Strom und dann fangen die auch an zu leuchten. Perfekt. Also wir haben das Ding aktiviert hier. Die Kabel leuchten. Also lübt es. Also lübt es. Und hier gibt es, was gibt es hier? Switches. Ah, hier können wir das ändern. Wohin lenken wir es denn jetzt? Gucken wir mal. Hier hin oder was? Ah, und es dreht sich dann. Okay. Na, da müssen wir dann halt gucken, wie man es dann benötigt. Hoppala. Ja, dankeschön. Ich glaube, ich habe, was wir brauchen. Und wir surfen erstmal hier so ein bisschen rum. Einfach mal zwischendurch den Kescher ins Wasser halten. Sehr gut, ey. So. Und wir müssen den Tank befüllen. Ich fahre mal so ein bisschen weiter rum. Die war, glaube ich, gerade auf der anderen Seite. Die Muddy. Genau da hinten am Hafen. Alter, mit vollem Speed. Ah. Okay. So, wir haben wieder Licht. Und wir vertreiben den Nebel. Tip top. Ah. We pushed the gloom away. Jawollski. Sehr schön. Machen wir also richtig. More Sparks. Also müssen wir weiter suchen. Und weiter einsammeln. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Perfekt. Und wir haben jetzt wahrscheinlich mehr auf der Map. Ja. Das heißt, hier geht es dann weiter. Wir haben den nächsten Part. Ich würde sagen, den nächsten Part machen wir auch im nächsten Part. Ich muss sagen, gefällt mir auf Anhieb super gut das Game. Fühlt sich super gut an. Kommt jetzt frisch gerade raus am 12.12. Schaut mal rein. Gönnt euch, wenn ihr Bock drauf habt auf sowas. Wie gesagt, vom Feeling sensationell. Und ich werde auch noch ein paar Mal reinschauen in das Game. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn du weiter zugucken willst, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.